Hallo Jungs und Mädels, mein Name ist Christian Klessner, ich bin der Gründer der SharePoint Community in Saarbrücken. Und wir machen am 15.10. ein Special Event zu Office 365 und fokussieren uns da ein bisschen auf die bald kommende Version. Und speziell in meinem Vortrag zeige ich euch die neuen coolen Features in SharePoint 2013 in Balkon. Und ich zeige euch warum SharePoint 2013, Dropbox, Facebook, Twitter und Co einfach nackig gemacht. Verpasst bitte auf keinen Fall den Vortrag und ich freue mich euch zu sehen.